Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir stehen gerade vor dem Café Buhr in Köln, denn dort werde ich heute noch mal als Kellner arbeiten. Wir haben freundlicherweise die Gelegenheit dazu bekommen, das zu machen. Ich freue mich mega darauf. Ihr wolltet ja nämlich alle noch mal ein neues Kellner-Video sehen. Ich werde da drin die Leute zu ihren Plätzen begleiten und ich werde Anrufe entgegennehmen von fremden Leuten, die haben keine Ahnung, mit wem sie es am Telefon zu tun haben. Das wird auf jeden Fall ziemlich witzig werden. Vielen lieben Dank, dass du uns die Gelegenheit dazu gegeben hast. Er ist nämlich der Besitzer von Café Buhr und du hast sogar extra Arbeitskleidung vorbereitet. Gerne, danke, dass du uns erstmal hilfst. Ja klar, gerne doch. Wir brauchen auf jeden Fall eine große Hilfe. Ich habe dir auf jeden Fall heute ein T-Shirt mitgebracht. Einbruch! Krass, da ist sogar unser Logo drauf. Mit eurem Logo drauf. Und damit die Leute wissen, wie gut du willst, gibt es in Düsseldorf und Frankfurt bald. Das wirst du gleich anziehen, damit die Leute wissen, dass du bei uns arbeitest? Ja, und dass ich Praktikant bin. Das ist mein erster Tag. Genau. Sei nicht nervös, das wird voll. Ich bin auch voll. Ja. Denkst du, dass er das hinkriegt? Ja, ich will es schon, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Guck mal. Ich habe keine Lust mehr darauf. Du nimmst mein Telefon? Ja. Ja. Wenn die anrufen, arbeit reingehen, wenn die reservieren wollen, sagst du, tut mir leid, wir reservieren leider nicht, müsst arbeit schon vorbeikommen. Wir haben vierer Tische, wir haben zweier Tische. Ja, 400 Tische insgesamt. Nein, vierer Tische und zweier Tische. Achso, okay. Gut. Du musst jetzt durch die Schlange gehen, musst du die erste fragen, wie viel Person. Wollt ihr reingehen, wollt ihr draußen sitzen? Achso, und dann bringe ich die zu ihrem Tisch? Genau. Okay. Also ihr seid zwei Leute? Ja. Okay, dann bringe ich euch mal zu eurem Tisch. Wollt ihr lieber drinnen oder draußen sitzen? Wollt ihr drinnen. Okay. Danke. Gerne. Die waren aber nervig. So, du musst den Zettel zum Ausfüllen wegen Corona, wegen Daten, ne? Musst du den geben. Du musst ein bisschen schneller machen, ne? Wir verlieren gerade Umsatz. Ja. Okay, ihr müsst das einmal ausfüllen wegen dem Corona-Richtivieren. Ich habe auch Corona. Nein, natürlich nicht. Hallo, Kaffee-Bur, was kann ich für Sie tun? Oh, ich fick dich. Ne. Nein, man kann leider nicht reservieren. Nein, Sie müssen einfach vorbeikommen. Ähm, das ist hier immer so. Das erkläre ich nicht nochmal. Hä? Ne. Wollt ihr lieber drinnen oder draußen sitzen? Seid ihr zwei Personen? Seid ihr zwei Personen. Okay, dann bringe ich euch zu eurem Tisch. Hallo, Kaffee-Bur, was kann ich für Sie tun? Ähm, nein, Reser... Hm. Na, reservieren kann man hier leider nicht. Also, Sie müssen einfach vorbeikommen. Hä? Pommes, dä. Äh, zu beiden Tageszeiten. Hm, das ist ausgedacht. Gerne, tschüss. Na, Reservierungen gibt es hier leider grundsätzlich nicht. Also, Sie können einfach vorbeikommen. Es gibt auch Kokain zu verkaufen. Ha, dä. Gerne. Tschüss. So, Jan, du hast den falschen Tisch gegeben. Der ist noch nicht sauber. Oh, Moment. Äh, verzeihung ich. So, Mädels, könnt ihr einen Tisch weitergehen? Und immer Karten und darauf achten, dass die Karten da sind. Besteck mal. Ich glaub, die beiden haben genug Karten. So, komm, müssen wir jetzt abräumen, die alte Sache? So, nimmst du eine mit? Ja. So, gehen wir nach vorne? Oh, da geht's schon gut los. Hallo, Café Burr, was kann ich für Sie tun? Hier gibt es leider keine Reservierungen. Also, Sie müssen einfach vorbeikommen. Hm, Kokain ist immer am besten. Äh, lieber drin oder draußen? Lieber draußen, äh, ja. Ach so, okay, dann können Sie sich direkt hier hinsetzen, wenn Sie möchten. Danke. Gerne. Jan, wir haben einen Vierertisch drin schon frei bekommen. Ja. Die Jungs kenne ich. Gut. Ich bin auch bei FC. Ah ja. Fußball interessiert mich nicht. Ihnen aber. So, kannst du ihn zu einem Tisch bringen? Äh, nein, das tue ich nicht. Ich glaube nicht. Gut. Äh, ich bringe euch zu eurem Tisch. Ach so, setzt euch einfach schon mal hier hin. Wir machen den sofort so. Jan, wo hast du den hingebracht? Äh, zu einem Tisch, der besetzt war. Hm. Ja, aber das ist nicht gut vor den Kunden. Das stimmt. Du bist auch nicht gut vor den Kunden. So, kannst du mir erklären, wie die Mädels hier bestellen, so? Die haben doch keine Karten bekommen. Oh, sicher. Ich hole sofort eine Karte. Danke. Schnell, ich muss an die Karten. Hm. So, Verzeihung für die Verspätung. Das ist tatsächlich äußerst schrecklich. Du musst auch den Leuten fragen, ob das denn geschmeckt hat, ob alles gut war. Hä, ich denke schon, dass es gut war, sonst würden doch nicht so viele kommen. Hallo, möchtet ihr lieber drinnen oder draußen sitzen? Ja, drinnen. Drinnen? Ja. Okay, ja, dann kommt einmal mit. Ja, super, danke. So, ihr müsst euch hier einmal eintragen. Ja. Ja, klar. Gerne. Ach so. So, Jan, du musst auch zwischendurch die Kunden an den Tischen fragen. Hat euch geschmeckt, war alles gut. Okay. Du musst auch für den Service abbringen. Ist hier soweit alles in Ordnung? Kann ich noch irgendwas bringen? Ja, wir sehen jetzt, du willst mir noch was bestellen. Ja, sicher. Was darf es denn sein? Huh? Na? Äh, die Pancakes. Einmal Foodporn und einmal Kinsfresh Toastower. Okay, sicher doch. Äh, der Tisch hätte gerne einmal noch Foodporn und einmal Kinsfresh Toastower. Jane? Kinsfresh Toastower. Kinn oder Kinn? Einen Moment. Kimsfresh Toastower. Okay, gut. Ist hier noch soweit alles in Ordnung? Jo. Okay, super. Und, macht es Spaß? Ja, also, es ist super. Die Fragen ist sehr schwer. Ja, ich bin ja eigentlich kein Kellner, aber das kann sich ja noch ändern, ne? Ich muss dich ändern. Ich muss mal mit der Bezahlung überlegen. Da hast du noch hier ein paar Kundenverscheidung, oder? Hm, ja, ach ja, und du nicht, oder was? Hm. Ist war euch alles in Ordnung noch? Du bist ein Schatz, sag ich mal. Oh, danke, das ist sehr lieb. Siehst du alle zufrieden? Hier, hast du ein bisschen Nachtisch verkauft? Ja, das ist sehr gut. Nein. Frag die Mädels, vielleicht wollen die aber was noch trinken oder Nachtisch ab. Kann ich euch eventuell noch was so trinken oder Nachtisch bringen? Ich hätte auf jeden Fall gerne, bitte, hier diesen Strawberry Milkshakes. Ja. Dann nimm ich hier auf. Okay. Danke. Ja, gerne doch. Ähm, die beiden Frauen an dem Tisch dahin hätten gerne zwei American Strawberry Milkshakes. Okay, an welchem Tisch? Hm, da wo die Alte mit der Brille sitzt. Ha. So. Hallo, Kaffeebohr, was kann ich für Sie tun? Hm, verarscht, willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung, bitte. Verzeihung, es ist Tourette, ja. Ähm, ja, ähm, Reservierung gibt es hier leider grundsätzlich nicht, also Sie können einfach vorbeikommen. Okay, gerne. Hm, wuhu. Gerne, tschüss. Alle kernbehindert. Der große Tisch will bezahlen. Gibst du die Rechnung, seit die Kollegen kommen, ne? Ja. Sagst du, Getränke? Welcher Tisch? Der große Tisch, ja. Sagst du, die Getränke gehen auf dich, ja? Okay, gut. Moment, was? Okay. Äh, so, die Rechnung, die Kollegen kommen da mal und die Getränke gehen heute auf mich. Ja, und? Groß zu dir, Leute. Hm. Warum lass du das? Ja, mach ich. Oh, 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 da war's schon. Was? Nee, alles. Ich laufe dich damit weg. Stimmt, so ist okay. Ach, dankeschön. Du kannst einfach reinmachen. Alter, dieses Portemonnaie ist größer als mein Leben. Mach's was? Ja, es ist, ähm, mein Traumdruck jetzt. Es ist eigentlich schlimm, wenn ich Corona habe. Soll ich die hinkommen? Ja, soll ich die vorbeibringen? Das wär ganz gut. Okay. Verzeihen für die Verspätung. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön. 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 Jetzt mach ich Sauerei. Das ist gut, komm mit Erdn. Pass auf, die Pfanne ist heiß. Oh nein, die fliegt gleich auf die Kunden. Hallo. Hallo. So, die nächste Bestellung kommt direkt. Das war für Sie. Genau. Vorsicht. Okay. Hm, ich kann die Chantal rausschmeißen. Es sind mehr Plätze frei. Ihr seid zu viert? Hm. Wollt ihr lieber drinnen oder draußen sitzen? Nein, nein. Okay, dann bringe ich euch mal zu eurem Tisch. Hm, ich beiß euch. Bist du zufrieden bis jetzt? Ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Also, finde ich, ist ganz gut so. Wirst du weiter platzieren oder willst du die Theke machen? Ich kann die auch platzieren. Dafür bezahlen wir aber nicht. Doch, ich aber. Dann würde ich auch gerne mal hinter die Theke gehen. Gehen wir in die Theke. Oh, lecker Eis. Hier, da kommt heiße Luft raus. Hm. Ist der Alkohol drin, ne? Wer soll das denn trinken dann? Das ist ohne Alkohol. Ich stelle mal das Glas hier ein bisschen hin. Ja. So fünf Sekunden ungefähr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Reicht. Jetzt Zitronensaft. So drei Sekunden ungefähr. Das reicht wohl, oder? Hm. Ah, die Billow-Variante. Bis hier? Bis hier, genau. Also fast bis ganz oben. Okay, jetzt nimmst du einen Strohhalm, eine Scheibe Limette und ein bisschen schneller. Stress mich nicht, sonst fliegen hier Sachen rum. Okay, eine Scheibe Limette. Das sieht doch ganz schön aus. Perfekt. Cappuccino und Matcha Latte, was willst du gerne machen? Äh, Cappuccino. Das wäre dann hier, ne? Das kann ich schon. Das reicht. Ach ja, jetzt wird mir auch langsam klar, warum das bei mir an der Kaffeemaschine auch dran ist. Vermutlich für sowas. Yes. Ich schäume nur, du kannst gerne den Knochen rücken. Die muss nicht heißen. Ah, okay. Einmal drauf. Das heißt, derjenige, der hier ist... Die Kundin kenne ich, das ist ne Hure. Hast du über den Chef gelästert? Nein, ich habe über die Blonde gelästert. Ah. Du musst hier jetzt ihn koordinieren, was er machen muss. Also einmal den Ginger Lemon und Maracuja Squash und Apple Cranberry. Okay, Ginger-Teig-Shield, komm mal mit. Ja. Das hier ist so ein bisschen süßer Sirup, den pustet ein bisschen drauf. Jetzt Deckel drauf, ganz wichtig, und dann noch Stufe 6. Alles voll! Alles voll! Hey! Hm! Was machst du denn? Ah, was machst du denn sauber? Was hast du denn gemacht? Gehört da noch ein Deckel dazu? Ja, natürlich! Oh, ich habe mich schon gewundert. Jetzt muss es erst noch sauber gemacht werden. Oh ja, das stimmt wohl. Ja, ja. Hm! Und jetzt soll ich das sauber machen, oder? Ja, das gibt ja einen Lappen. Und sie heißt, das ist ein Fraschbecken, das ist so raus. Hast du was Küchen? Okay. Ich mache die Gestellung derzeit, ja? Ja! Alles voll! So, ist okay, wir putzen das weiter, du bist ja nicht hier, um zu putzen. Da hast du recht! Da hast du recht! Ja! 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 Was hast du drauf? Ja! So sah meine Kotze auch an Silvester aus! Ja, das kennt jeder! Fällt Silvester als Kenner? Ja, doch schon! Ja? Ja! Ich finde, es ist weniger stressig als so viele Sachen. Ah nein, das denkst du! Ich bin jetzt schon seit zwei Minuten hier und du? Was für ein Geschenk würdest du denn jetzt gerne machen? Gibt's das mit Wodka? Wodka leider nicht. Ähm, ich würde Berry Berry mal machen. Berry Berry, das sind die Bowls. Ja! Das ist die Mahlzeit der Influencer, bitte! Musst du alles drauf? Ja, wie du willst. Gönnst du den Kunden oder gönnst du es denen nicht? Doch, ich gönne denen. Hm! Die Kunden warten schon! Die Kunden warten und beschweren sich. Wir müssen uns echt beeilen. Bist du fertig? Würdest du sagen, es ist fertig oder willst du noch weiter machen? Ja, es ist fertig. Was hast du? Bitte? Warum sieht man Brachenfrucht nicht? Möchtest du gerade rufen? Das sieht schöner aus so! Vielen Dank! Gerne! Hallo! Kann ich euch schon mal was zu trinken bringen? Ja, bitte lass! Kann ich euch schon mal was zu trinken bringen? Was? Ja, gerne! Was darf es denn sein? Irgendwas Leckeres! Überraschung! Das ist eine gute Idee, ja! Okay, mache ich! Oh, ja! Oh, hier kommt direkt noch was zu trinken! Vielen Dank! Sieht ja wunderschön aus! Was ist das? Das habe ich mir selber ausgedacht! Das ist was Leckeres, wie ihr das haben wolltet! Wir haben jetzt noch ein Very-very-wishel! Hast du gerade gemacht! Kannst du nochmal machen? Ja! Oh, perfekt! Das sieht gut aus! Das sieht schon nicht mehr so gefroren aus! Dann hau mal ein bisschen was rein! Zeig mal was du brauchst! Das schönste Bowl, was du jemals machen würdest! Also ich glaube, das wird die schönste Bowl sein, die ich jemals mache, weil das ist auch die erste Bowl, die ich jemals mache! Ist das Vogelfutter? Ist das Vogelfutter? Das ist gut für die Alte! Das ist auch Vogelfutter! Na! Hm! Der Tim wird gleich auch eine essen! Ich will, dass der Fruktose kriegt! Dann scheißt der die Küche voll! Sehr schön geschnitten! Alter, wenn ich mir gleich die Finger abschneide! Das war das Schönste, was du schneiden könntest! Ich habe mir das anders vorgestellt, aber gut, man kann es als viereckige Kiwi erkennen, oder? Genau! 70% hast du wirklich müssen! Wirtschaftlich bist du nicht, aber ne? Ich kann ja auch nicht rechnen! Hattest du die Bowl bestellt? Ja! Ja! Ja, anscheinend schon, ja! Ach ja, sehr gut! Dann hier bitte! Wow, das sieht sehr gut! Das ist sogar selber gemacht! Das habe ich tatsächlich selber gemacht! Das sieht so gut aus, Jan! Danke! Ich bin so begeistert! Wow! Das war die erste Bowl in meinem Leben! So meine Lieben, das war's dann auch wieder mit unserem heutigen Video! Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen! Nehmt deine Finger vor der Kamera! Vielen Dank, dass du im Café gut drehst! Und das ist sehr gut, dass wir gesehen, einmal einen Tag als Kayner arbeiten zu können! Würdest du Jan einstellen? Muss ich das jetzt von Kamera sagen? Ist mir gerade unangenehm! Aber du darfst ein T-Shirt behalten! Ja! Hat mich sehr gefreut! Mich auch! Alles Gute weiterhin! Und ich werde auf jeden Fall heute wieder mal vorbeischauen! Gerne! Dankeschön! Wenn ihr auch mal in Köln oder in der Umgebung seid, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei Café gut vorbei! Das lohnt sich auf jeden Fall! Und ich werde hier und würde auf jeden Fall auf jeden Fall sehen, jetzt wir können